Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal das Razer, ja Razer macht jetzt Gehäuse und deswegen gucken wir uns das auch einfach mal an. Der erste Versuch, der von Razer quasi selbst entwickelt wurde. Vorher gab es ja schon mal ein paar Zusammenarbeiten mit dem Hersteller NZXT und dem H440 bzw. S340. Sie hat so wie gesagt eine komplette Eigenentwicklung und ich bin gespannt, was Razer so drauf hat in Sachen Gehäusen, denn bei Tastaturen und Mäusen gibt es ja schon einiges, was sie wirklich gut gemacht haben bzw. sind sie auch eben dafür bekannt. Gerade die neuen Razer Huntsman beispielsweise mit den Optikschaltern sind ja in unserem Test sehr gut gewesen, haben da sehr gut abgeschnitten und ja, ich hoffe mal, dass das Gehäuse ebenfalls so wird, denn ja, an sich sind die Produkte auch immer wirklich gut, wenn auch manchmal ein bisschen teuer. Aber ich packe das mal eben aus und wir sehen uns gleich wieder. So, hier haben wir es auch schon, das Tomahawk ITX. Es gibt auch noch eine ATX-Variante, die werden wir uns auch gleich anschauen und da drin werden wir auch ein System aufbauen. Das ITX stelle ich aber nur kurz vor, aber da es auch interessant ist, denke ich mal, wollte ich euch das nicht vorenthalten. Wir sehen schon, wie gesagt, ITX-Gehäuse und ich habe da auch noch nicht reingeschaut. Das ist somit auch mein erster Eindruck und ich muss schon mal sagen, von der Qualität her sieht das erstmal wirklich gut aus. Wir haben komplett Stahl bzw. Glas hier an der Front auch. Das ist auch alles Stahl und wir haben eine Glasseitentür mit Scharnieren. Das ist bei ITX auch nicht selbstverständlich. Ist die abnehmbar? Ja, müsste sie eigentlich. Ist sie nicht? Ich weiß es nicht. Eventuell nicht abnehmbar. Und ja, der Innenraum ist relativ aufgeräumt. Wir sehen es, drei Erweiterungsslots. Ganz einfach deswegen, weil mittlerweile viele Karten Triple Slots sind und da wollte Razer natürlich nicht Hersteller ausschließen und hat da auf drei Erweiterungsslots gesetzt. Gefällt mir wirklich gut, weil die meisten machen da wirklich nur zwei. Und ein weiterer Vorteil, DTX-Boards wie zum Beispiel das Crosshair 8 Impact passen da ebenfalls rein, denn das hat ja zum Beispiel den PC-Express-Slot, ist zwar ein ITX-Board, aber der PC-Express-Slot ist eins weiter runter versetzt und somit kommt man da mit einer Dual-Slot-Karte immer noch gut hin und hat da keine Probleme und muss nicht zum Beispiel auf eine Wasserkühlung zurückgreifen. Hier wird das Netzteil montiert. Da ist man ein bisschen in der Länge beschränkt. Das ist ein SFX-Netzteil bzw. die Montage für ein SFX-Netzteil ist hier möglich. An sich ist das mittlerweile auch kein Problem mehr, denn SFX gibt es jetzt mittlerweile schon bis 800 bzw. ich glaube sogar 1000 Watt von Cooler Master und das sollte wirklich kein Problem darstellen. Festplattenmontage haben wir hier im Boden bzw. hier nochmal auf der Rückseite. Das heißt insgesamt eins zweimal zweieinhalb Zoll und hier hinten sieht es aus wie ein weiterer. Das heißt dreimal zweieinhalb Zoll ist soweit ganz in Ordnung und ganz ehrlich, wer mehr braucht denn im ITX-Gehäuse? Ich weiß nicht, der soll sich vielleicht mal Gedanken über ein externes NAS oder so machen. Was noch ein wichtiger Faktor ist, gerade bei ITX-Gehäusen ist der Platz für Kabelmanagement, denn da sparen einige wirklich immer ein bisschen. Hier ist wirklich, ja ich würde sagen, ist nicht viel Platz, aber es reicht denke ich mal aus für die meisten. Wir haben hier vorne ein bisschen mehr Platz, das heißt für den 24-Pin und für den 8-Pin hier wird es ein bisschen weniger, reicht aber definitiv aus. Natürlich muss man hier auch wirklich darauf achten, dass man seine Kabel wirklich gut managt, denn der Verschlussmechanismus ist nur mit Magneten. Das heißt, hier kann es sein, wenn ihr kein gutes Kabelmanagement betreibt, dass das Seitenteil nicht mehr wirklich schließt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen und da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können als diese zwei Zentimeter hier. Aber ich denke mal, das reicht im Normalfall auch aus. Front IO haben wir zweimal USB 3.0, auch schön in dem Razer grün, das finde ich immer ganz schöner Touch eigentlich, wenn man schon ein eigenes Gehäuse macht. Razer grün hier bei den USB 3.0-Ports statt das langweilige Blau und ein USB-C-Port 3.1, natürlich wie wir es von anderen Modellen auch schon kennen. Es ist gut, dass es implementiert ist, es gibt natürlich auch welche, die haben hier weniger, zum Beispiel nur einen USB 3.0 und einen USB 3.1, ist wie gesagt ein bisschen mehr, das ist schon mal gut. Razer-Logo an der Front ist beleuchtet, genauso wie auf der Unterseite haben wir nochmal Unterbodenbeleuchtung. Das ist ebenfalls relativ neu, beziehungsweise gab es das bei ein paar Gehäusern auch schon vorher und natürlich auch bei den NZXT Razer Editions, da wurde das auch schon implementiert. Das heißt, wer davon zum Beispiel eins hatte, der wird das hier wiederfinden. Einen Punkt, den ich ansprechen muss, der mir nicht so gut gefällt, ist beispielsweise das Top hier. Die Löcher für die Kühlung sind hier nicht so optimal, das heißt, es ist relativ wenig Platz für Luft zum Austreten, da hätte man das etwas besser lösen können. Auch mit dieser viereckigen Optik wäre es besser gegangen, das ist leider etwas eine verpasste Gelegenheit, um es mal so zu nennen. An der Seite fühlt sich das Ganze wieder weiter, wobei das hier schon besser ist, dort sind die etwas näher beieinander und ungefähr genauso groß, allerdings deutlich mehr. Plus haben wir nur 140er in der Front und dafür sollte das problemlos ausreichen. Hinten ist ebenfalls Platz für 140er und oben ist Platz für ein 280er Radiator, das heißt, da könnt ihr euch mit einer All-in-One eigentlich relativ gut austoben und damit kriegt man auch so ziemlich jede CPU gekühlt, die es aktuell so auf dem Markt gibt. Gut, das aber erstmal zur ITX-Version. Wir schauen uns jetzt nochmal die ATX-Version kurz an und dann bauen wir darin auch mal einen Rechner, weil ihr wollt ja auch sehen, wie das Ganze zusammengebaut aussieht. Ja, die Optik setzt sich auch hier schon wieder fort. Wir haben ein kleines Äußeres. Oben ist es ein bisschen anders. Wir haben hier ein relativ offengestaltetes Top und die Belüftung ist auch etwas besser. Die Leuchter sind größer und wir haben noch einen Staubfilter natürlich und der Rest ist wirklich sehr ähnlich. Wir haben hier da vorne ein beleuchtetes Razer-Logo, genauso wie die Unterbodenbeleuchtung ist hier ebenfalls vorhanden und natürlich beide Seiten verglast. Drehen wir das Ganze mal um und öffnen das Ganze mal. Wir haben hier ein Druckmechanismus und der Seitenteil ist natürlich auch abnehmbar. Dann sehen wir hier schon Platz für ATX. Gut, mehr braucht man in der Regel mittlerweile auch nicht mehr. XL-ATX ist kaum mehr vorhanden. Von daher sollte das in der Regel ausreichen. Nur E-ATX passt nicht, wenn diese Strebe hier verbaut bleibt. Was der Fall sein wird, denke ich mal für die meisten bei E-ATX-Bauts sind jetzt auch nicht so oft vorhanden. Und ja, es ist leider nur ein Lüfter vorhanden mit 120 mm. Ist ein bisschen schade, ein bisschen wenig. Man hätte hier natürlich noch nachrüsten können. Allerdings denke ich mal, die meisten, die so ein Gehäuse kaufen, auch eher in dem Preisbereich. 300 Euro kostet das ATX-Gehäuse bei Razer direkt. Es gibt aber auch andere Anbieter, da ist es deutlich günstiger. Das heißt so 220, 230 Euro. Da werden die meisten wahrscheinlich RGB-Lüfter nachrüsten. Natürlich hätte man bei dem Preis auch RGB-Lüfter verbauen können in der Front zum Beispiel. Aber man sieht das ja eh nicht wirklich. Von daher ist das jetzt kein großer Beinbruch. Und ich denke, RGB-Beleuchtung gibt sowieso genug. Vorne das Logo und auf der Unterseite auch noch. Wer natürlich mehr möchte, die meisten Komponenten bieten da auch nochmal Optionen an. Ansonsten das Layout ist wie gewohnt. Das heißt, wir können vorne 280er Radiator bzw. wenn man vielleicht ein bisschen kreativ ist, auch noch 420er. Aber da könnte es schon eng werden mit den Endtanks von den Radiatoren. Ansonsten 340er bzw. 120er Lüfter. Und oben habt ihr die Möglichkeit für 240er Lüfter. Also das ist eigentlich so ziemlich ausreichend für relativ viele Konfigurationen, weil man jetzt nicht wirklich exorbitant viele Wasserkühlungskomponenten hat. Netzteilschacht. Ebenfalls natürlich mittlerweile Standard. Und der ist auch von oben belüftet. Das heißt, ihr könnt es jetzt in beide Richtungen verbauen. Bin ich ein Freund davon. Vor allem mit dem Lüfter nach oben, weil man da ein bisschen vom Innenraum noch die warme Luft mit nach draußen befördern kann. Das spiegelt so ein bisschen den Netzteillüfter bzw. gibt dem hinteren Lüfter noch ein bisschen zusätzliche Hilfe, damit das Ganze nicht ganz so schlimm wird. In unserem Test haben wir natürlich das Ganze mit nur einem Lüfter getestet, haben aber trotzdem nicht allzu schlechte Temperaturen feststellen können. Das hat auch so relativ gut funktioniert. Vor allem, weil eben oben auch offen ist. Und ja, das funktioniert natürlich auch mit einem Lüfter. Wenn das System jetzt kein richtig krasses High-End-System ist, sollte man da keine Probleme bekommen. Auf der Rückseite finden wir hier eine Abdeckung für Kabelmanagement. Hier ist eigentlich auch noch eine. Die haben wir schon mal abgenommen, um euch ein bisschen was drunter zu zeigen. Wie diesen RGB-Hub, der steuert die RGB-Beleuchtung und wird per USB ans Mainboard angeschlossen. Ihr müsst hier nicht extra noch einen SATA-Power anschließen. Das funktioniert auch so. Natürlich ist das dann mit dem Razer Chroma in der App kompatibel. Und zusätzlich dazu könnt ihr natürlich hier auch noch zwei 2,5-Zoll-Festplatten verbauen. Und hier unten noch drei 3,5-Zoll. Das heißt, hier habt ihr eine Möglichkeit, wie gesagt, nochmal diese drei Festplatten zu verbauen. Ein bisschen mehr als beim ITX. Und ja, wie gesagt, und hier drunter werden alle eure Kabel verstaut. Weil wir auch ein Glas-Seitenteil haben auf der Rückseite, ist das, denke ich mal, nicht schlecht und sollte man auch benutzen. Wir verbauen jetzt hier mal ein System. Ja, ich mache derweil noch ein paar Beauty-Shots davon. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich fasse das Ganze zusammen und was meine Meinung zu den Gehäusen ist. Bis gleich. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann sehen wir uns gleich. Bis 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 bald. By RGB Lüfters. Sind die gleichen Lüfters. Bis gleich. Und alle. Das. Bis gleich. eine der größten Karten, die es wirklich gibt. Also da geht dann wirklich nicht mehr viel und man sieht schon, das passt wirklich ganz genau. Also wir haben ja vielleicht noch ein, zwei Millimeter Platz, aber das war's dann auch schon. Also das ist wirklich Presspassung. Vor allem mit der All-in-One vorne dran. Hätte man jetzt eine All-in-One oben, dann wäre da noch ein bisschen mehr Platz, aber die Karte ist eigentlich so mit einer der längsten, von daher werdet ihr kaum Probleme haben mit einer anderen Karte und das ist so eigentlich das Maximum, was in dieses Gehäuse reingeht und platzmäßig funktioniert das noch ganz gut. Netzteil ist ein Thermaltake GF1 mit 850 Watt, auch RGB. Allerdings ist das bei dem Gehäuse ein bisschen schade gelöst. Hier sind zwar Öffnungen, dass man theoretisch den RGB-Lüfter sehen könnte, wenn man das Netzteil umdrehen würde, wovon ich ein Freund bin, weil das hilft dann auch noch ein bisschen bei der Temperatur. Aber hinten fehlen die Schraublöcher dazu. Das heißt, hier würde ich Razer vielleicht vorschlagen, dass hier eine doppelte Verschraubung eingeführt wird, so dass man das Netzteil in beide Orientierungen montieren kann. Das hilft sowohl bei der Grafikkartenkühlung und sieht bei dem RGB-Netzteil doch noch mal ein bisschen besser aus. Ansonsten gibt es zur Hardware nicht weiter viel zu sagen. Wir können aber so viel schon sagen, dass ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass diese Belüftungsöffnungen vorne nicht ganz ausreichen, wenn es um High-End-Hardware geht. Die Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben diese Hardware hier drin getestet. Natürlich muss man jetzt sagen, der Lüfterausbau ist ziemlich extrem und klar ginge das auch noch ein bisschen besser mit 140er Lüftern zum Beispiel vorne und oben. Dann wären die Temperaturen sogar noch ein bisschen besser. Aber hier haben wir etwa 3 Grad mehr erreicht wie in einem offenen Aufbau. Das Ganze ist bei einer etwas höheren Lüftergeschwindigkeit. Also die Karte überhitzt hier drin nicht, auch wenn das eine mit einer sehr hohen TDP ist von 380 Watt. Also selbst das ist noch relativ im Rahmen, was die Kühlung angeht. Natürlich wäre das Ganze ein bisschen besser, wenn man das Netzteil andersrum montieren könnte. Ich habe es jetzt schon zum dritten Mal gesagt, aber das hat sich eben, ja, da hat sich Razer dagegen entschieden, beziehungsweise wurde das eben ausgelassen. Das Kabelmanagement hat ebenfalls besser funktioniert, als ich gedacht hätte, denn bei den ganzen RGB-Lüftern, um genau zu sein, sind es ja sechs Stück, plus nochmal die Pumpe, die ja auch RGB-Kabel hat, plus die Kabel vom Gehäuse. Also da kommt schon wirklich einiges zusammen und trotzdem haben wir diese Abdeckung, die beim Gehäuse dabei sind, noch drüber bekommen und das Ganze sieht wirklich aufgeräumt aus, eben durch diese Abdeckung. Das ist ein wirklicher Vorteil davon und das ist, ja, gelungen, dieses Design. Das wurde auch ein bisschen bei aktuellen Lian-Li-Gehäusen verwendet, ist also sehr ähnlich dazu und man kennt von Lian-Li, dass die Sachen eigentlich so gut wie immer funktionieren und das hat sich hier eben auch wieder bewahrheitet. Und selbst mit dieser Methode gehen dann die Seitenteile trotzdem noch gut zu, obwohl ich da auch Bedenken hatte. Ist aber kein Problem, wenn man diese Abdeckung drauf hat, dann bleibt auch das hintere Seitenteil zu, obwohl das nur magnetisch gesichert ist. Da solltet ihr also keine Angst haben, dass ihr da irgendwie Probleme bekommt. Vor allem, weil ich jetzt nicht hier mega viel Zeit ins Kabelmanagement rein investiert habe, also waren wahrscheinlich so 20, 30 Minuten und dafür funktioniert das wirklich gut. Wer noch ein bisschen mehr Zeit an der Hand hat und da vielleicht noch ein bisschen cleanere Optik haben will, gerade auf der Rückseite, ist es vielleicht noch ein bisschen chaotisch, gerade im unteren Teil. Der kann er natürlich noch mal optimieren, aber ich persönlich so finde, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Wir haben hier vorne kaum Kabel, die man sehen kann und ansonsten ist das auch alles wirklich top. Was ist also mein Fazit zu diesem Gehäuse? Naja, an sich ist es ein wirklich solides Produkt mit viel Potenzial, solange man ein paar Sachen beachtet. Man sollte natürlich die Standard-Lifflerkonfiguration von 120er hinten definitiv ändern, weil 120er bei High-End-Hardware ist ein bisschen wenig und High-End-Hardware werden die meisten wahrscheinlich verwenden, weil das Gehäuse alleine 230 Euro kostet. Das ist wirklich sehr viel für die Ausstattung und ja, das sehe ich ein bisschen schwierig. Der Preis ist vielleicht ein bisschen hoch, vor allem wenn man die Konkurrenz sich anschaut, da gibt es teilweise mehr schon zum deutlich günstigeren Preis. Es kann natürlich sein, dass es so ein bisschen die Razer-Tags ist, weil Razer-Produkte ja oftmals ein bisschen teurer sind, dafür allerdings halt eben diesen Gaming-Kult angehören. Razer ist ja mittlerweile eben zu so einer Gaming-Marke geworden, die eigentlich jetzt viele haben wollen, um es mal so zu sagen und da gehört vielleicht der etwas höhere Preis noch mit dazu. Das heißt, das muss man da in Kauf nehmen. Ein paar Sachen, die mir nicht gefallen, habe ich auch gerade schon erwähnt. Zum einen, die Netzteilhalterung ist nicht optimal gelöst. Dann, man kann Grafikkarten leider nicht vertikal montieren, da wäre hier noch Platz gewesen, theoretisch. Das heißt, eventuell hätte man das sogar mit einem implodierten Razer-Kabel machen können. Dann würde der Preis auch so ein bisschen mehr gerechtfertigt sein, weil das sieht schon immer wirklich gut aus und ich denke, das wäre halt nochmal so ein Punkt, wo man noch ein paar Käufer mit abholen könnte. Gerade weil diese ja dann Wert auf das Äußere legen, wenn man schon so ein Gehäuse kauft, was Glasfenster hat, Unterbodenbeleuchtung und dann noch zusätzlich ein vorne beleuchtetes Logo schon standardmäßig. Also da ist das Ganze halt, hätte man ein paar Verbesserungen machen können, aber es ist ja auch der erste Gehäuseentwurf, beziehungsweise der erste Versuch von Razer ein eigenes Gehäuse zu bauen. Eine andere Sache, die ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wären bei der Magnet, beim Magnetverschluss von den Seitenteilen vielleicht eine Sicherung mit einer Schraube oder so, damit die nicht aufgehen, beispielsweise beim Transport oder gerade, wenn man das Kabelmanagement vielleicht jetzt nicht so drauf hat und da doch mal ein paar Kabel raus, schon auf der Rückseite, dass da die Seitenteile auch gut zugehen. Da wäre das vielleicht wünschenswert gewesen, zumindest auf der Rückseite. Hier hat man ja das Problem eher weniger, aber ich denke mal, die meisten unter euch, die sich sowas kaufen werden und das Kabelmanagement einigermaßen hinbekommen, die werden damit auch keine größeren Probleme haben. Von daher an sich wirklich ein solides Gehäuse, was prinzipiell empfehlenswert ist, nur ist der Preis eben etwas zu hoch, meiner Meinung nach. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Gehäuse haltet oder auch von dem Tomahawk ITX. Das ist ja, wie gesagt, eine kleinere Variante, die wir uns heute nicht so genau angeschaut haben, weil eben die Produktbandbreite einfach viel größer ist beim Artics Gehäuse und auch eben natürlich die Käuferschaft. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!